jo jo jo, hier ist wieder euer Lord Titan alias Sven Duncan und wir reden heute wieder über das Thema nackte Spirale der Gewalt alles andere von euren Lügen lässt mich scheiß ja, was soll man noch groß sagen erstmal wünsche ich euch allen einen schönen Tag auch wenn es gerade nicht so sonnig draußen ist aber die Gemüter können sich wieder beruhigen denn es wird noch sicherlich wärmer werden dank dem Klimawandel ja Leute, man muss auch alles mit ein bisschen Humor sehen ja, allerdings nicht wirklich alles es gibt Ausnahmen, über die ich nicht lachen kann wie eben auch rechtlich und asoziales Fehlverhalten, das sich breit macht was ich schlimmer finde als ein in Anführungszeichen natürlichen Klimawandel ja, weil vieles haben wir auch beeinflusst, denke ich mal lässt sich auch nicht abstreiten ähm ich verfolge auch nebenbei so ein paar politische Ansichten und Aspekte habe da auch letztens von der AfD diesen Müll gehört, der sich widerspricht von ihren eigentlichen ja äh Parteiprogramm, sagen wir mal so ja also wenn ich wähle, wähle ich links ja und ähm ich denke mal, man kann mit Verstand und Bildung eine Menge bewegen ja es liegt auch mit an euch wie wir miteinander umgehen und wie sich alles entwickelt wie sich auch eben eine Gesellschaft prägt für nächste Generation und ich denke mal, es ist durchaus möglich dass wir wegkommen von diesem irdischen eingeschränkten Glauben der Weltgeschichte und der Erde und hinausblicken in das Unendliche des Universums ja irgendwann müssen wir starten und einen Weg gehen einen Sieg außerhalb raus aus dem irdischen Irrglauben ja sonst haben wir eben mit unserem Verstand versagt ganz einfach und Ruhstoffe und sowas alles ähm Mangel etc auf der Erde ist ein Ding im Universum gesehen gibt es unendliche an Ruhstoffe und es entstehen immer wieder neue Ruhstoffe ich denke halt nicht so klein, ja ich denke halt nicht nur irdisch oder nicht nur menschlich, ja ich denke ein bisschen weiter euer Lord Titan alias schön danken und vielleicht verstehen es ja einige von euch Pipels da draußen, ne schönen Tag ich hoffe auch noch vielleicht ein schönes Wetter heute im Moment ist es noch grau aber das kann sich ja alles ändern, ne Veränderung kann immer etwas Gutes bewirken kann, muss nicht aber kann Peace euer Lord Titan alias Sanan so ja Vielen Dank.